CyberPort präsentiert die Aerox 3 Gaming Maus von SteelSeries. Zur Ausrüstung eines jeden Gamers gehört neben PC, Bildschirm und Tastatur auch eine präzise Maus. Für das passende Gaming Feeling muss dabei nicht nur die Funktionalität stimmen, sondern auch die richtige Optik. Deshalb stellen wir euch heute die SteelSeries Aerox 3 Gaming Maus vor. Durch das Gehäuse aus ABS-Kunststoff kommt die Maus gerade einmal auf ein Gewicht von 59 Gramm, wodurch sie besonders leicht in der Hand liegt und sich geschmeidig bewegen lässt. Trotz ihres Gitterdesigns hält sie dank AquaBarrier-Schutz auch Spritzwasser, Schweiß und Staub stand. Mit einer Abtastrate von 1000 Hz pro Millisekunde werden die Bewegungen blitzschnell auf das Spiel übertragen, was in haarscharfen Gefechten den entscheidenden Vorteil ausmachen kann. Dabei besitzt der verbaute optische Sensor eine Auflösung von 8500 dpi. Die Maus wurde für unterschiedlichste Griffstile entworfen und kann sowohl von rechts als auch Linkshändern bequem bedient werden. Das Stoffkabel mit USB-C Stecker schützt die Maus vor Kabelbruch und Schäden von außen. Um das Kabel zu verlegen oder es bei Kabelbruch auszutauschen, kann es ganz einfach von der Maus abgesteckt werden. Damit die Maus auch dem angemessenen Gaming-Look entspricht, wurden drei verschiedene RGB-Beleuchtungszonen integriert, die sich unabhängig voneinander einstellen lassen. Somit könnt ihr sie an euer persönliches Gaming-Setup anpassen. Reaktionsschnelle Gaming-Maus mit RGB-Beleuchtung mit der SteelSeries AROX 3 Gaming-Maus. Die Maus macht die Maus auf eine glorygende Ebene Übe. Die Maus sind gespielt, sie haben den Sie Workshop die Maus machen bezelt. !", photographs hat es eine Leutung eingeblend.